Mein Name ist Florian, ich bin jetzt seit über einem halben Jahr bei der Nomomatic und mache Lehre als Tischler. Also meine Tätigkeiten als Tischlerlehrling sind hauptsächlich den Gesellen bei ihrer Arbeit zu helfen, aber auch meine eigenen Lehrlingsprojekte zu bearbeiten, zu planen, zu schleifen oder zu lackieren oder halt, was ich euch jetzt dann zeige, mit dem Tellerschleifer die Oberflächen von meinem Lehrlingsstück zu schleifen. Also zur Lehre bin ich gekommen durch meine Freunde, weil die halt schon da viele Praktikums gemacht haben und die halt gesagt haben, da machst du viel mehr als in anderen Tischlereien. Und zum Tischler bin ich überhaupt gekommen, indem ich halt schon seit vielen Jahren von Holz überzeugt war und fasziniert war, wie viel man eigentlich mehr machen kann, als nur verbrennen oder zersägen. Und halt auch, ich habe die letzten Jahre von der Schule gemerkt, ich bin eher der praktische Typ. Also ich finde, die Lehre ist eine Ausbildung mit Zukunft. Und zum Beispiel bei der Novomatic ist das Coole, dass sie halt eine Lehre mit Matura anbietet, die ich auch mache. Und wenn man halt eine Matura hat, kann man eigentlich jeden Beruf erlernen. Also ich freue mich halt ganz besonders auf die weiteren, größeren Lehrlingsprojekte, die ich halt in meiner restlichen Lehrzeit mache. An alle zukünftigen Lehrlinge, die Novomatic ist ein sehr, sehr guter Arbeitsgeber. Ich kann es euch hier einfach nur empfehlen. Es ist einfach toll da.